Ich vermisse meinen Wagen. Er sitzt immer noch dahinter als ob schlimm so was schlimm 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 wie man es nimmt. Ich weiß nicht, irgendwie sitzt er viel zu dicht dran. Und hier kommen Legenden. Ich kann doch nicht mal die Große nehmen. Hallo. Ich kann nicht ins Auto zurück. Ups. Ah, dein Baby ist zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Ach man, muss jetzt schon wieder dran? Ach man. War schon geil gemacht. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an. Wie heißt denn der nochmal? Der erst neu gemacht wurde. Eine Remake. Ich glaube, der letzte oder vorletztes Jahr kam der raus. Ne, nicht Total Recall. Ein anderer. Ich bin so froh, dass sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Also mit diesen komischen Klonen. Eh, Runner oder so heißt der. Ihrem Mädchen? Ja genau, Runner. Ne, das erinnert mich gerade hier so ein bisschen dran. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir ne Chance. Hm. Ein guter Grund. Lass sie durch. Aber sie sind die Letzten. Weil dieses Mal ist es gut, wenn man einfach die Fresse hält. Okay. Dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. So was, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Ähm, immer? Ich bin immer nie nicht nett. Nie nicht nett. Eine doppelte Verneinung. Richtig geil. Wo? Ja, was war das? Oh, der hat immer gesagt. Na los, ich kann nicht eh nicht zeigen. Bruder. Guck mal die. Da gibts auf den Maul. Scheiße. Sie sind hier. Ich nehme normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind. Sondern NETTE. NCPD eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Ich bin in der verkehrten Einheit. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Jungs, darf ich bei euch anfangen? Als Beifahrer kannst du F gedrückt drücken, um die Fahrt zu überspringen. Nee, ich will nicht überspringen. Ich will mir das hier alles angucken. Entschuldigung. Wie sind das zu überspringen? Ja, du blödst du dich. Ich will sicher nicht mehr nach Hayward. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar. Ich spiel wieder den netten Jackie. Ja, der Ladischkühl wäre vielleicht länger gewesen. Man sieht es ja bei Noctis. Ich muss mir erst mal was zum Trinken einschenken. Ähm. Irgendwie ist das Spiel gerade abgekackt. Das ist cool. Wow. Cyberpunk 2077 ist abgekratzt. Hahahaha. Hahahaha. Fotografier das mal bitte. Hahahaha. okay machen wir mal bericht senden kann ich okay jetzt synchronisiert er gerade noch geht gleich weiter leute das ist krass so eine mitzahlung habe ich auch noch nie willkommen von einem spiel das spiel ist abgekratzt das ist geil ja das synchronisieren müssen wir noch mal üben ok zokuliert das im discord mal hoch damit sich jeder sehen kann ja einfach bitte spielen das ist abgekratzt vor Ort vor Ort kratzt das spiel ab ey das ist krass und was sagt ihr zu diesem arasaka flugzeugträger der in night city angedockt ist heißt kuchira oder der wahl angeblich auch nicht schlecht das setzt er mich ab ey und das spiel kratzt ab krank ein job von t back die aufgabe die t back die gegeben hat ist ein wichtiger schritt ja ey wieso wir was wieder hasse ja die Frauen sind hier auch leicht bekleidet schicke wohnung dein lager ist ein sicheres system ausrüstung aufzubewahren du kannst von allen verfügbaren fahrzeugen unterschlüpfen und fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen solltest du zum beispiel etwas in deiner danke schatz lager öffnen wie viel geld habe ich ich brauche einen katana wo steht denn mein geld ja ich will das da haben ich will das da haben hm entscheid habe ich es jetzt noch nicht hm transfer achso aha das ist das lager und das ist wie das inventar jetzt habe ich das definitiv dritte so gut alles andere interessiert mich nicht bei welche meiste die da wolfsschule jacke cool nehmen wir aber irgendwie ausrüsten oder so schade dass das wenn ich das katana schon hatte dass das hier nicht dann da drin ist wo ist meine betsy mega medikamente nano gel ok nicht irgendwie was mit was mich vom hocker haut in den spiegel schauen weiss t-shirt kann ich das ändern nicht mehr in den spiegel schauen lächeln das ist tolles lächeln wir müssen gucken okay lassen wir das mal man ich will meine fingernägel um lackieren okay oh ich kann in meinem eigenen raum looten ey geil hey mein scheißhaus du kannst die spielung funktionieren guck mal das dreimurschelsystem ahahahahaha geil geil ahahahahaha oh wie geil oh wie geil voller freu dass ich euch overhehört ja definitiv Dusche anmachen ehm ich hab noch meine klamotten an aber das war superschnell Dusche ich bin schon wieder angezogen ach dafür haben die die Anleitung dafür haben wir ja oh Wodka benutzen oh cool hat man sogar noch einen Effekt ich schaue mal den Fernseher ein äh ok danke von einem Schluck man hält die wenig aus naja kannst du mal gucken schauen die ist halt nicht trinkfest bin ich auch nicht mehr hm versteckte Space Cap ich nehme mal alles oh das bringt Kohle das ist cool Remote Deaktivierung wow cool ok dann legen wir uns mal hin duscht haben wir gesoffen haben wir jetzt können wir schlafen gibt es hier die drei Muscheln wie geil Synapsen Formbarkeit aha die legt sich aber komisch ins Bett naja wie man es nimmt ich stehe schon ich glaube ich habe mir was eingefangen am verlinken mit dem Konzern Biomon irgendein Eurovirus oder ich muss so weg soll er mir sagen warum ein Kopf und Magen eine Party feiern ok das könnte vom Alkohol gewesen sein hab deine Karre dabei zieh dir was an ich warte unten auf dich wenn ich hab ich hm du bist nochmal in den Spiegel gerufen vielleicht habe ich da irgendwas übersehen äh ich will mich aber ankleiden hm hm ich muss das nur transferieren hm hm also fließen fließen das finde ich jetzt gerade so ein bisschen doof ich feiere die drei Muscheln ey ok ok was ist los was ist los was ist der peinlich nein 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 aha aha ey wie Jones hier achso man kann dann nochmal das verfolgen das finde ich cool das ist eine coole Sache was soll ich denn denn reden hier ist doch niemand oh scheiße ich wollte nur hoch springen aber mehr doch nicht ich hab meinen ersten Selbstmord hinter mir He he he